Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Ich konnte an den einen herankommen, die so ein paar Schlangen kreisen wollte, die nicht weil der eine gehört hat und danach schließlich die Lücke gehabt habe, aber dann kam eine Schlange die so war und dann konnte ich halt nicht, leider war während der Werbung abgebrochen. So, leider. Ja. Frau Schumann, nö. Denkt sie mein Thema. Tu. Scheiße auf die Aufnahme. So. So, jetzt muss ich irgendwelche Töne um Platz anzuhören. Nämlich eine Antwort auf. Hm, ja. Ah, das ging ja was werden. Genau solche Schlangen, Alter. Ich kann nicht spielen auf Snake, Alter. Hallo Spanien. 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 Uuff. Spanien denkt sich ja nur so, nicht mit mir. Ja. Ich hab mir nicht mehr so viele Weinen gefühlt. Ich hab mir nicht mehr so viele Weinen gefühlt. Geflexe Vermögen, alle. 100% Alter, Junge. Nur neunzieger. Geflexe. Alter, Junge. Ihr könnt sagen was ihr wollt, Alter. Ja. Ey. Hätte ich nicht. Uuff. Ey. Ich guck's mir noch die Aufnahme an, Alter. Aufnahme an, Alter. Aufnahme an, Alter. Ja. Ich muss, muss jemanden, muss jetzt ein paar weg oder ähm, am kreisendiveau richtig Lasten. Ja. Man muss wirklich aufpassen, über einzelnen, egal wie groß oder wie klein die sind, aber man muss aufpassen. Ich hab mir doch fast in Erinnerung ihre Haars, Alter. Ja. Okay. Das Rang. Gedönert. Mhm. Brasilien. Die Schlampe bringen wenig, wenn ich ehrlich bin. Was? Die wollen mich alle so töten, Alter. Geflexe wie ne Katze bin ich. Bin die eine Katze. Na, 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 na. Nö. Das kann ich noch. Oh, gerade auch. Juice Baby. Seht ihr das? Und genau so töte ich. So, jetzt muss ich so ne Lost Schlange finden. Ja, okay. So. Oh. Oh. Lost. Ich sag's euch, man kann auch so sterben. Sie klatscht. Ja. Ey, das sind ein paar Schlangen so aushalten, Alter. So. Jetzt bin ich ein bisschen Stück. Oh. Oh. Ich sag's euch, wenn ihr so groß wie ich seid. Junge. Habt ihr Wendekreis wie ein LKB. Oh. Ich sag's euch. Die Grenzen halt flink, ne. Oh. Ich will. Umso größer man wird, umso. Dümmer wird. Oh. Wird's wendiger. Oh. Oh. Ich wollte grad jemanden. Umringen. Oh. 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 schließt schließt ja da jetzt habe ich ein paar dinge verloren aber das macht nix denn rast gleich gegen mich ich gebe euch ein tipp wenn ihr umkreis seid klatscht direkt dann vorbei das bringt nichts weiter dann irgendwann mal so eingekesselt dass ihr es dann müsst also guck mal der nachteil ist es ist geil ja so dass nachteil ist wenn man umschlingen will das manche versehende ist kapieren ich meine top 10 kann auch so wie ich so gelassen sein also niemand checkt was sind sie die juchten oah tschuwe juchanfall und so macht ihr es weiter Die Gefahr steht, dass jemand euch wegklatschen könnte, jetzt könnt ihr euch jemand so richtig an wegklatschen mögen. Was macht die denn da? 4 gegen eine große Schlange. Das Gefährlichste ist halt Dings, dass ihr dann gegen eine Schlange... Ne, der hat schon oft gegeben. Die werden sterben. So kleiner Gdickreis wird... Umso... Müsst es halt schon raffiniert machen. Der macht's raffiniert. Aber nicht raffiniert genug. Wo bin ich? Nirgends. Immer noch nirgends. Zechel kriegen schon lange alles. Die sind fies. Aha. Die denken sich auch nix bei... Doch da... 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 da steht... bei der Abel. ja weil er weiß wie es geht klein machen so hat es aber die sind jetzt ich darf halt nicht nachlassen ich bin halt siebter nicht bevor jemand sagt ja so ich weiß ich warte so auf den sechsten zazerab so jetzt eine Einigung umringt Sorry Leute. Video gerade bei einer Aufnahme von mir. Du, die Aufnahme jetzt sehen, Alter. Sorry Leute. Es muss sein. Die Leute hasse ich am meisten. Ich bin immer noch 6er Platz. Lieber nichts. Der eine denkt sich einfach so, ja Spaß mal gegen ihn, Alter, jemand der, ja, manche haben es kapiert, aber manche denken sich einfach so, ja, nö, Alter, okay, hier süß mit euch, ich seh mit euch an, der ist echt der, ey, ey, komm der kleine, der, der da, ja, so manchmal ist es so riskant, Jo, 5, ihr fragt euch, ähm, wo ich das seh, auf welchem Platz ich gerade bin, oben rechts, ähm, ist eine Tabelle, ne? Jo, ich komme hinter kurz, es stirbt. Der blaue Kanzi ist, der, der drein gelutscht, der blaue, und das meinte ich, das meinte ich, das meinte ich, das meinte ich, ich stand auf den zweiten, und jetzt passt mal auf. Ja, die sind, oh, leider, fast auf den ersten. Fast auf den ersten. Jetzt muss ich nur noch ein paar töten. Manche checken müssen wir. Jo, jo. Ich hafte die Leute. Der denkt, der hat eine Chance. Er denkt, er denkt es tatsächlich, Junge. Nein. Nein. Einfassen. Und erster. Der Underdog gewinnt. Genau so bin ich einmal. Ja, der Underdog gewinnt. Und das bin ich, leider, so. Jetzt sind es auch viele. Weil die wissen, dass ich jetzt, ähm, auf den ersten. Und die töten gleich immer den ersten, weil die auch den, na, na, da gibt's. Ich musste, Leute, durch den roten. Leute. Jetzt hat mal Werbung, ähm, Leute, ich musste, ähm, tüten müssen, weil, Leute, weil, der eine Rote dann, ähm, so, der hat so affiniert gemacht, bis er dann mich irgendwann mal so geengt hat, zwischen denen. Und die töten dann meistens mal mich als erstes, weil die wissen, dass ich immer aufsichtig der Profi gefühlt bin, ne? Ne? Äh, manche können sie immer nicht abhaben, dass ich Deutscher bin. Die meisten Leute spielen sie, ne, nur Auslander, von daher, nix gegen Auslander, aber, hey, ich bin ja schon mal der Ernsteste da hier, ne? Zertraub macht. Ja, Erkennt ihr das? Na, die wollen's, die wollen's wirklich, ehrlich wissen. Einer aus der Ukraine, und einer aus China, die Leute. Oh, der hat mir was übrig gelassen. Ukraine, nein, typisch Ukrainer. Leute, unfassbar. Also, wenn ich Cheater erster bin, ne? die haben mich, die wollen einfach alle mich hauen, ne? und ich hab's auf der Aufnahme. Yo, kleine Töten. ich hab's noch kein Viecher, und, bitte. Leute, ich kann nicht, ich, ich konnte nicht, nicht. Seht ihr, wie sie drauf rumhacken, in der Mitte? Die gehen immer auf mich los, als weil die wissen, dass ich hier besser bin, als die. Ja, okay, weil ich den Milch Trick einnehme. Seht ihr? mal ein paar verwirren keine blickte auch mal gar nichts mehr und ich bin hier wieder auf platz bin hier wieder auf die top 10 alter ich hasse solche leute du einfach so gleich beat nehmen und dann oder wenn ich außer platz bin dann gehe ich auch morgens aus damit weil ich das leid wenn die folgen dieser sein so ein so die checken sich gegenseitig die hohen söhne schön wenden erneut ich heiße auf ja 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 hier noch mal so eng das gelb hier digger wo ich nicht nicht so sag ich ja schon mal nix mehr seht ihr wie so alle für mich rumhacken seht ihr es, seht ihr es, weil ich deutscher bin einfach magey move verpisst euch, mein essen wer sagt mich, das ist ja nur glück, das war keine sterbe ist glück mach ich den dümmsten move der welt dazu sagen die meisten nix mehr dazu müssen sie einfach mal jetzt sterben also krank mich die müssen gegen den urteiler zusammenkommen jana hat schon kapiert seht ihr so macht man das so tun wenn man jemand nicht mal umkreisen will so hey diga matsche aber hier tut jo mach die alle ich bin innen und nicht außen ich bin innen und nicht außen so für den ist es jetzt eng ne und jetzt hast du aber hingesehen so manche sehen so gut ein so manche so ich bin ja so ich bin ja so ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja so ich bin ja 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 aber ich bin ja aber ich sage's euch die die ich jetzt hereinkommen sind mega kleine jetzt zügig 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 förder förderbeisler.io der leider niemand wirklich niemand Jetzt sammeln sie in einander, ja, jawohl, perfekt, wow, ja, jawohl, ja, jawohl, ja, nicht zur Städte, warten, doch, ja, der Gelb muss drauf, jawohl, der Gelb, Prozent, die bauch auf zwei mal das ist jetzt okay okay leute aber jetzt ist das große zeitpunkt gekommen lost so leider schon wieder hier no front leute no front der ding ich besiegt den arschloch na komm her komm her du arschloch das ist jetzt 1 gegen 1 aber jetzt haben mich manche schon über den klick ich mich kenne ich sag so manche werden jetzt schnell weil die müssen die müssen oh die eine mama mira die müssen mich eng die müssen mich eng die müssen mich alle eng die mich zu töten nicht warum machst du so kurz zu der hoffnung dass ich jeden hab einfach sich ein paar ab aber das ist wirklich nötig sowas weil ich weiß ob da noch so ein ic sehen kann da ist so wie der derzeit so dauerhaft da war ich weiß nicht was ich erst hab und Junge eigentlich werde ich schon in der ersten minute getötet Rekord, Rekord, Leute, Rekord. Was ich es mit den Zeilen auf sich hatte und mit dem... Dein, irgendein Scheiß. Das ist eine lange... deine Länge. Weil ich bin jetzt gerade maximal der erste Platz und meine Länge ist so groß. Und... Oh, der Kohl, der... Digger, ne? Da, wo die 1 steht... Digger, ich bin erster Platz, leider. Ich bin fucking erster Platz. Ja, nix anderes kannst du auch so machen. So was. Doch, weg. Weg, 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 weg. Bumbug, Bumbug. Oh, Gott. Leute, mitte, mitte, mitte als große Schlankendecker ist so belastend. Ich sag's euch, so ein flinker Arschloch, ne? Einmal, ums, ich kommen muss. Oh, Leute. Es muss einer bloß nur... nur dumm kommen. Oh, Gott. Leute. Sorry. Der Ruck hat Deutsch an dich und wir gucken mal die Videos. Seh, yo, Leute. Da ist eine Lücke, da ist eine kleine Lücke, Leute. Aber, nö. Serious. 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 Ey. Leute. Noch zweimal, dann bin ich weg. Achso, Leute. Nein, 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 nein. Dörfaufdabe, 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 muss ich ja verbreiten. Muss. Kann ich so machen, weil... Deine macht einen Strich durch die Rechnung. Ja, vor allem. Okay, gut. Hochhunde aufnehmen. Ich muss mich da nicht konzentrieren, das... Ich denke, Junge, wie lange hätte er dann das aus? Gegen mich. Gegen mich. Oh, du. Den anderen. Oh, Mann. Die denken sich auch nur so... Eis, Kreuz, Kreuz, kämpft, 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 kämpft. Der ist gut, der ist gut. Der hat einen Strich durch die Rechnung. Ja. Einmal, einmal. Jetzt. Jetzt hat der keine Schaus mehr. Sackt der, und ich starb. Der tut bis zum letzten Zug. Ah, zum Zug, Leute. Er tut es. Ja, okay. Der hat's eigentlich nicht verdient. Warte, jetzt, jetzt. Jetzt muss ich kommen. Alles, Leute. Yes. 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 Jetzt weg. Jetzt weg. Leute. Nein. Kein Bock. Kein Bock. Kein Bock. Wird's kein Fehler machen. Jo. Brrrr. Brrrr. Das hab ich gemeint. Das hab ich gemeint, dass die mich geengt haben. Wir haben geengt. Boah. Auf jeden Fall geiles Spieler, die auf das mal ab und zu mal bringen, wenn ich Bock hab. und höre, als hätte ich, das meinte ich, wenn die mich, wenn die, den ersten Platz so eng machen. Also ja, hier gibt's auch noch, warte, Anfangsland. Ich schreibe euch alle Länder, wo ich hab meins. Hm. So. Okay, das sind jetzt keine Länder. Aber. Aber. So. So, das ist mit Sliver.io. Ja, das ist mit dem Video in der Show. Bitte, bitte.